Wir zeigen euch jetzt den nachrüstbaren automatischen Montagekopf für die TW X-36 von TWIN BUSCH. Der automatische Montagekopf TW X-AMK erleichtert die reifende Montage enorm. Es ist kein Montageeisen mehr nötig. Fertig! Der Reifen ist von der Felge. Hier noch einmal der Vorgang in der Wiederholung. Es dauert je nach Übung nur wenige Sekunden, um einen Standard-Reifen nach dem Abdrücken von der Felge zu lösen. Noch effektiver wird der AMK bei Run-Flat-Reifen, bei denen besonders viel Kraft zur Demontage benötigt wird. Anders als zuvor gezeigt, kann die untere Reifenwulst auch mit der Wulstrolle des Hilfsahms demontiert werden. Wenn Sie möchten, kommen Sie doch einmal in einer unserer Filialen vorbei. Dort können Sie sich gerne selbst von unseren Produkten überzeugen. weiterhensichtlichです. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020